mit diesem herzlichen ausblick nie was mit dem herzlichen mit dem herrlichen ausblick wollte ich sagen herzlichen guten meinen auf meinen herzlichen glück und sturm geburtstag viel glück damals hallo hallo zuschauer hallo spencer also keine ahnung ich habe absichtlich gesagt weil ich wusste du würdest reagieren das war mein trigger das war ein träger gestehm du wirst halt auf die nicht der kompliziert ist das jetzt gerade noch gerettet was gemerkt dass es das böse ende wenn du sagst wie war es doch gar nicht ist doch ja siehst du primitiv aber glücklich ruckzuck sind mein knoll freund ja ich würde mal nach hause kommen weil ich habe jetzt echt schon viel macht auch machen wir jetzt schon wieder dunkel deswegen nehme ich die füße in der hand hier wird hoffentlich gleich wieder hell ist bei dir noch hell ja ne ich lasse mich noch eine weile einfach bauen das ist ja auch ist auch mal schön ich sehe mal so sprachlos zu sehen wenn man aber man von manchen formen gibt es nicht das reverse teil kann es sein oder bin ich aber zudem reverse teil was meinst du mit reverse teil hätte ich doch vielleicht mit dem synchron bauen sollen kann das sein also du musst schon es gibt man die bauteile glaube ich umgedreht kann doch doch du musst nur lange noch klicken sag jetzt mal zur not gibt es auf jeden fall warte mal das ding muss ich habe schon wieder knick in der denke aber glücklich ne konzentriert und glücklich halte die schnauze glücklich ich kann es mal am arsch denn glücklich so da sieht es doch gut aus wieso kriege ich das denn natürlich hin warte warte ich bin die rolle ich habe hier das war das müsste doch stimmen ne stimmt es aber nicht hier ist doch keine kampf drin gott ich hab schon wieder knoten im hirn hier provisionalität am arbeitsplatz wo habe ich da einen fehler gebaut ne da geht es doch über wo ist denn diese ne das ist falsch ich höre doch ok du musst eingreifen vielleicht schon mal ich baue den rest weiter gleich mal das ist n tool jetzt n und dann sieht man irgendwie eine achse kommst du hier hoch oder ich muss Brocken in die Hand nehmen so war das kommst du ja tatsächlich hier hoch mit deinem plan tatsächlich deinem plan die ist ja böse drauf oder was ja der will mich nachladen schreit auf Symmetrieachse ich weiß was ich bin bei diesem ich weiß nicht wie du erkennst wie die form wirklich siehst du ich höre was aus dem aus dem Roggenwinkel höre ich was schießen vielleicht habe ich hier den einen oder anderen Golem gerade umgebracht ne war nur einer der wollte mich ist ja schon wieder nacht das heißt es kommen ja schon wieder spinnen raus die ekelhaften Dinger kommen ich werde mal meinen Weg zur Base machen hier müssen wir Straßen bauen wie sind da jetzt die Römer hier das gefällt mir irgendwie nicht dort ihr Verrugmannisch verstehst du Schätzelein kann ruhig mehr Strand haben so ein See doch eher klippig klippig das hast du heute bist du heute der Wortschöpfer der Wortschöpfer der Wortschöpfer der Wortschöpfer der Wortschöpfer ach komm wir nehmen das jetzt so ein bisschen muss ja nicht alles abgerundet machen nein nein erinnert mich daran dass ich nicht mehr Französisch spreche wieso aus Hartz gab es da irgendwie Beschwerden achso jetzt ja ok verstehe gut da muss man aber auch drüber stehen ja klar es ist schön wir sind immer noch Weltmeister na und es ist halt wenn man vorher Handball gespielt hat dann läuft es alles nicht so ok war jetzt nicht schlecht muss ich dazu geben ja ich meine zweimal gleich also zweimal weiß ich auch nicht schon dämlich also ich hätte nicht mitgespielt ich hätte ja alle so pass auf gleich einmal ja helfen wir bei meinem Problem das ist mal kurz Mainz loswerden das hat weggepackt das haben wir ja mal voll war wahrscheinlich was ist denn los wo ist ah das ist ja die Lokomotive nennen wir das Ding ist schön was ist denn dein Problem so hier vorne die Ecke die hier siehst du das hier vorne die Rundung siehst du was ich da eingesetzt habe hier direkt hier da an der vorderen Kante praktisch linke Kotflügel genau die Ecke siehst du diese Rundung nicht eingebaut und guck mal auf der anderen Seite da fehlt sie noch und wenn du mal so einen Block in die Hand nimmst hast du einen Block gerade nicht immer hin doch das geht mir nicht du hast aber auch nicht die richtige Rundung genommen nö ist aber schön abgerundet das passt ganz gut die wird halt nach unten spitz ja das macht nix und das ist die auf der rechten Seite zweite Reihe vorletzte Spalte die müsste das sein ja aber die kriege ich nicht andersrum weil ich meines Erachtens ist die nicht andersrum spiegelbar bin die echt gespannt wahrscheinlich noch zu plöpfen und es sitzt aber das mit ihrem Baum Menü ist glaube ich ich weiß nicht ob das absichtlich verbuggt ist achso WLM System oder ich bin zu doof nein ich meine diese Rundung die ich da verwendet habe die gibt es nicht invertiert meine ich ich glaube dass es die nicht ach falsche Fraktion kannst du mal ansetzen ich hab das ja achso okay warte äh P Hif ist doch Hif ach das ist die Steuerkonsor auf dem Ding ja genau steig mal da ein P geil ist die gleiche so was haben wir was setzen wir hier oben ein sieht natürlich toll aus das Moppet ja jetzt brahlen wir nicht ich muss mir nicht zureden pass auf ich kriege noch eine Verschönerungseinheit du darfst alles umbauen wenn du willst ich bin da nicht so ich hole da nicht rum what the fuck das sind dann das ist der Tank Guck mal hält es davon ja ja das habe ich mir auch noch gedacht also so in der Art ich habe jetzt noch keine konkrete Vorstellung gehabt aber ich habe es einfach einfach das nachgebaut das am Cockpit schon dran ist genau ja auch als Idee na da können wir hinten noch irgendwie in oh shit obwohl warum nicht sind halt in ein paar Ecken raus es ist halt ein bisschen mehr klumpig aber es müsste fliegen und das werden wir so gleich testen du musst noch besetzen so ja dann steig mal an nee nee du machst erst mal alleine und dann sehen wir weiter weil ich Angst haben und das ist auch gut ach so es wäre gut wenn wir tanken würden hast du ja überhaupt einen Tank drin ja ja wir brauchen noch ein bisschen mehr was ist denn hier mit mit dem Transportmodul den ich es jetzt mal salopp Transportmodul ja was für ein Transportmodul du meinst ein Container ja ein Container genau den könntest du hinten reinsetzen auf die anderen Seite deswegen habe ich das freilassen auf die linken Seite bitte aber gell und auf der rechten ist der Tank dahinter das läuft bei dir du bist schon so ein Container wollen wir mal so ein schräges Rolltour hier hinten einbauen hier über die Treppe wo können wir das schon warte mal ich habe es gelernt soll ich mal eins bauen ein schräges die Rolltour ja wo willst du jetzt einbauen vor den Eingang in den Keller rein probier mal ein ich mach mal eins mal gucken warte mal ab du kannst das denn wie ein Dings benutzen ja kannst rein nein ich weiß nicht jetzt komm da rein Digga also wie kommen wir hier wieder hoch Moment das sollten wir als erstes klären wir sollten vielleicht vorne wieder eine Rampe aus der Basis raus ins Wasser so weißt du ja okay warte mal hast du noch geklöts ich habe geklöts ja willst du hier an der Seite bauen oder ich dachte hier vorne an die Vorderkante nee da würde ich noch raus bauen ich baue hier an der Seite jetzt okay einfach hier so um sie ja schräge dass man da hochfahren kann am besten die flachen Rampen weißt du dass es nicht ganz so steil ist die meinst du wahrscheinlich hier ich guck mal soll ich es da mal die Ausansicht rausnehmen V F so äh wo haben wir da haben wir ein Rolltor jetzt bin ich mal echt gespannt okay wie rum funktioniert das hä dieses feste Teil ist das unten welches feste Teil ja nee das ist egal wo das ist also soll wahrscheinlich unten darstellen ja also dieser dieser Brocken der da dran hängt das ist unten also nicht da wo du es hin haben willst rein theoretisch ist es immer oben da wo die Scherzi reingeht die Scherzi naja das Problem ist hier oben muss ein Ding ran da muss ein Klotz ran und was machen wir mal Scherzi dann da zack dann eine Schräge komm wir könnten krass Betonböcke machen Gehärtes für Stahlplatten achso da kann ich nicht ransetzen das ist ja blöd wenn ich unten gegen eine Platte setze vielleicht ah ich kann das hier variieren ich kann die Größe von dem Tor oh oh naja lass dir ruhig Zeit mach weiter es kann nichts passieren du brauchst nicht schon wieder nachwarnen ohne entspannterweise ich rampe zweimal eins achso dann hätten wir den Dings gar nicht gebraucht ok warte mal dann können wir den wieder weg machen achso wo du hier schon mal hier bist ich hab Geschenke guck mal hier pass mal auf äh das da Geschenke sind gut Geschenke sind gut und das oh Sauerstoff hat schon rot geblinkt gut Nahrung haben wir noch was zu fressen oh ja ja so machen wir erst mal so Mann wieso nehme ich denn nicht die scheiß Drohne was hat dir weh getan äh mir hat äh meine Doofheit war es schmerzt schmerzt sehr die Rampe hier weg ja mach mal weg genau achso die Drohne abbauen geht nicht mehr so ach shit ich kann da achso da liegt der das liegt da ran weil hier oben ein Dings fährt ok cool machen wir uns mal einen Strand zum Liegen ok ja ist ja viel besser ich mach gleich unter mich wie geil ist das denn bitte ich meine das macht jetzt wenig Sinn weil halt die Seiten nicht zu sind guck mal her guck mal her machen wir auf das ist geil oder das ist ja der Hammer oh zu das ist echt cool wenn man jetzt halt die Seiten auch schön verkleiden würde mit entsprechenden ja cool ich meine jetzt passt halt nicht weil die Küche halt falsch sitzt und solche Dinge aber ja ist cool hätte man das Ding nicht auch theoretisch hier unten dran setzen können das ist geradezu ja guck man hätte man hätte ein Grades warte mal das können wir ja machen warte ich baue es ab geh mal weg oh ich brauche jetzt essen erst mal sind ja noch Steaks da älte mal mein Junge älte mal hab so wehs was ne so geht es was ist das mit dem Drohnenangriff ja die Ente spannen sich noch sieht ja auch nicht auf dem Radar das sind ja alles Splendor oh wir greifen an ja komm doch jetzt müssen wir wirklich angreifen wir haben uns ausgefordert wir haben uns ausgefordert ach ne in dem Flachentor gibt es kein 2x1 warum haben sie das denn gemacht da gibt es noch ein 2x2 hey das ist ja echt dämlich warum haben sie das denn gemacht verstehe ich nicht was ist los von dem Flachen gibt es nicht das Tor guck mal hier ich werfe dir das mal hin dann kannst du das mal angucken ja geh mal her kurz die haben von dem normalen Rolltor also von dem ebenen Rolltor haben sie nur so drei Formen und von dem anderen haben sie irgendwie 25 verstehe ich nicht aber du kannst es doch ne es gibt die Form nicht 2x1 gibt es nicht es gibt eine 2x2 genau ja das ist natürlich ja das ist ja okay na gut egal baust irgendwo ein baust zum Garten hin ein oder so naja was ist das 3x4 gibt es noch ne genau ja hast du das hier rein man könnte jetzt hier rauszimmern hier oben könnte hier reinpassen warum also oder zu hoch ist wahrscheinlich naja 3x4 guck mal hier fahren wir das man könnte hier hin die können wir das einbauen komm mal her komm mal her warte mal kurz die Drohnen kommen die Drohnen kommen siehst du sie auf der Map machst du dich bereit ja bin bereit okay go wir brauchen ja Munition always bereit aber ich schieße die die ist zu hoch oh hat es abgeschossen mich hast nur gebauen oh du hast die falschen gebaut es gibt welche für base und welche fürs oh das habe ich gar nicht aufgeachtet ich dachte das wäre kein Problem wundert wundert mich was sind jetzt mit den drones seid ihr schon durch hab ich weg schade naja der eine hat wumsi mk5 hier abgebaut die anderen habe ich die einen habe ich abgebaut was da drin äh nur baumatea und ein bisschen Munition so hangartore übrigens ne du darfst bei mir nicht ran und das hat man schon besprochen komm kumpel haben wir noch ein hangartor ja ich habe gesehen wir haben hier in den in der einen kiste haben wir irgendwie 66 bin bei 74 in meiner tasche 74 in der energie hast du jetzt eigentlich noch einen tank gemacht ne war das gefragt ne in der kiste meine ich entschuldigung ja hab ich du wolltest auch in der kiste machen kannst du die mal hinten links reinsetzen hinten links links ist die andere seite wo ich jetzt nicht stehen mir fehlt noch die flache hand ja ich weiß liebe hersteller den den bayerischen watschen der watschen watschen der watschen ja gut komm wir machen einen Testflug warum machen wir das denn mal wahrscheinlich wir ich habe gebaut ich bin verantwortlich für dich komm eben deswegen nehme ich doch nicht mit steige ein ah ich hab noch was schön für dich eine panzerfaust direkt ins gesicht danke hier will ich hier will ich hier will ich der war falsch der war falsch der war falsch den hinteren weg oder was der an der ecke sitzt ja so meint ihr nicht immer mit der drohne hier ist nicht zung halt bei sonst ja nicht schön aber selten das raumschiff so steige ein bin gestiegen also dir eins dein fehler loser und sogar recht agil also muss genau muss du sagen muss du sagen du wirst nicht beschleunigen ja viel mehr ist sowieso nicht drin boah geht also wenn ich abbremse ja geht aber hier noch die miniganddrohne unter uns ich bin da über irgendwas drüber geflogen gerade ich schwören kann dass eben unter uns eine miniganddrohne war auf jeden Fall schießt ach nee wumsi schießt auf irgendwas warum ist denn die miniganddrohne noch da ach das ist der die hülle ist noch nicht weg immer um sie rum würde ich sagen hast du da gebaut die ramp hast du aber hübsch gestaltet ja du bringst mich ja immer durcheinander einmal um sie rum dann mach mal navigator dann fliege ich ja einfach dem ufer entlang tada in die richtung bin ich ja schon mal echt andere seite hatte ich ja was gefunden aber vielleicht haben wir hier irgendwas in der nähe was ist denn das hier was ist denn das gerade aus ach da geht der mond auf oder sowas ich dachte gerade hier irgendwie killerschwalben das ist ein vieh vieh was jetzt geht die zeit länger bis sonnenaufgang also wir fliegen in die falsche richtung also zumindest für tag ja okay egal wir fliegen jetzt einfach ich kann halt gerne sehen ob hier irgendwas ist jetzt zum beispiel gerade außen dieser steppe oder so ob wir hier eine base guck mal sind hier die everglades oder was ja das ist pass auf alligatoren auf ich meine ich erwarte alles wenn jetzt schon spinnen drin sind mehr links halten ja guck mal sagen wir machen wir hier so eine kleine round riser sonnenaufgänge untergänge müsste das ja sein wenn es jetzt elf minuten bis ja genau wir erleben ihn nur rückwärts sieht so cool aus oder ja also sieht wirklich gut gemacht habt ihr gut gemacht ich schaue mal ein bisschen raus sieht schön aus ich muss mal ein screenshot machen weil in dem sonnenaufgang das sieht so cool aus dass man jetzt ins cockpit so schick reingucken kann sieht echt super aus eigentlich könnte man auch zweimal ein cockpit mal machen das wäre ja auch keine schlechte sache wink 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 er hat zahnpfahl haben wir gerade geschwungen du hast uns auch so schwungen es wäre total cool wenn fleischammer und ich auch mal mit einem zweimann cockpit kokponussen kokponussen kokpäden kokpäden war die mehrzahl von kokpäden ja kokpäden kokpäden ja übrigens schon wieder spät merkt man gar nicht nee das ist so spät ist es auch gar nicht du erzählst nur jahren ja doch wenn wir jetzt unter der woche aufnehmen ach siehst du genau ich muss ja noch die staffel sozusagen eben playlist machen es war schon wieder spät jetzt bist du es wieder oh Gott halt dich ruhig ein bisschen mehr links ok kokpäden kokpäden peter du hast übrigens echt ein schönes stück hässlichkeit auf die ich meine es ist funktionell einfach und wahrscheinlich ok es kommt hier nicht rüber gut genug aber es ist schon hässlich ey so schlimm finde ich das auch ehrlich aber es ist es ist es ist halt es fliegt mich an ich soll es erschießen damit es nicht weiterleben muss damit sein leben auch einen sinn hatte es ging mir jetzt nur darum dass es erst mal fliegt ich weiß ich doch deswegen sage ich ja guck mal Jack Fleischer mal entdeckt hier die wegen Materialen die Lageren sind rechts oh was ist denn das hier hä warten wurden ich sehe rechts von uns ganz komische Sachen siehst du das auch im Himmel nimm mal Minigandrone sehe ich voraus ah da hinten ist auch irgendwas komm lass mal lass mal fahren Basis ja aber wenn das oh unten uns knabbert so ein Wurm am ob es ich würde sagen was nächste Folge du bist ein Schwein ja ja bis dann tschüss ne bis zum nächsten Mal in diesem Theater mit dem flugknuppel schlässig kommentare da lassen was die behinderte Lok angeht die behinderte Lok wer ist die behinderte Lok na das Ding hier das ist keine behinderte Lok sieht aus wie eine Lok der ist formschön und Lok aber ich bin gespannt was die Leute sagen bis dahin tschüss schlässig kommentare da